Die globalen Einreisebestimmungen von Passolution sind über Midoco Midoffice abrufbar. Das System liefert Informationen zu Visabestimmungen, Impfvorschriften, Länderdetails und oder Informationen zu Transit-Visa. Die Ergebnisse beziehen sich auf Nationalität der Reisenden, Reiseziel und Reisezeitraum. Und es können beliebig viele Nationalität-Reiseziel-Kombinationen abgefragt werden. Die Einreisebestimmungen sind für die Sprachen Niederländisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Polnisch verfügbar. Sie können die ausgegebenen Informationen als PDF speichern und archivieren. Per E-Mail versenden, drucken und mit dem Reiseauftrag verknüpfen. Fragen Sie Ihren Zugang bei Passolution an.